ist mir verwehrt gerade Geld, yeah siehst du, das mache ich jetzt alles siehst du, als ob wir uns kennen hallo, siehst du, ey, siehst du das, ey, alter muss genug gut gehen yeah, yeah, oh mein Gott, oh mein Gott die Pflanze, die Pflanze ah, ah, ah ich mache mich so dumm hoch zurück ach so warte dann will ich da auch gar nicht hin, ist mir egal, vielleicht ein Leben oder so aber das ist egal uh, yeah, endlich hat wieder ein Leben äh, Leben, ein Sinn, Leben lass mich in Ruhe tü-dün wer kann länger aushalten na, warte mal, Mario muss essen und auf Toilette und so na, wie viel Atem hat Mario uuuh das tut gut aah ich will die Freude in die Fresse warte so äh 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 warum bin ich so hell obwohl die Kerze nur einen ganz Teil einen ganz kleinen Teil ausleuchtet ich habe mir The Descent angeguckt das ist auch so die sind da 100 Meter unter der Erde und alles ist hell wei oh mein Gott ist das eklig äh 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 ich wollte sie abschießen äh 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 ich meine wo konnte noch mal getroffen werden war mir ziemlich egal ich bin Hänsel und hab die böse Hexe einfach mal auf den Kopf gehauen wie im Märchen lülülü ich habe ein bisschen Angst vor dem letzten Dungeon wie schlecht wie ich spiele und das nächste Mal bevor ich das nächste Mal spiele äh mache ich oh mein Gott ich habe was verpasst kann es sein die Hexe ist tot das ist schon mal geil das ist gut gemacht aber habe ich habe ich da einen verpasst laufen wir noch mal durch ich weiß nicht wo vielleicht hier oben irgendwie ich versuche gerade mich zur inneren äh inneren im erinneren bin ich gut ah andere daran erinneren oh je ich freue mich so ne das ist jetzt wirklich sogar besser weil hier stirbt eh nichts obwohl es sterben sollte daher ist Fliegen vielleicht ja gar nicht mal so schlecht ja ich muss ja nicht nur rummeckern ich kann ja auch mal positiv denken also mal ausnahmsweise irgendwie ich gucke gerade auf den Sound der schlägt falsch aus das ist seltsam warte 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 ich trau mich nicht da ist bestimmt nichts das ist doch ähm so ein Ende ist doch meistens ich trau mich nicht wo ist nein guck weg bitch okay ähm Leute 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 ich weiß es nicht hier vielleicht unten nein ja das war ja das war ja das das heißt ich gehe von oben nach unten warum weil ich es kann so ja ja du kannst trotzdem ist mir vollkommen egal so ein Leben ich bin froh dass sie daraus Pizza gemacht haben muss ich ja mal sagen ähm weil Herzen sind doch seltsam ich kriege trotzdem die geile Blume ich gucke jetzt mal wie die aussieht die sieht aus wie ein bisschen wie so ein ähm vom alten Kinderspiel das ich mal hatte uhuuu das will ich auch können naja es wäre dumm wenn das jeder können könnte dann würden die Straßen nicht mehr befahrbar sein hm vielleicht sollte ich ja doch ganz nach oben vielleicht war der Pfeil ja doch ähm insofern ein Tipp dass ich ein geheim hm ein geheimgang war oder so ich bin so verwirrt oder ich muss fliegen das wäre unfair dammit vielleicht muss ich fliegen und da oben ist das ist der geheimgang das könnte gut sein neeeeein oh mein Gott Leute ihr müsst nochmal zugucken wie ich hier durchlaufe warte wow ich nehme das trotzdem natürlich mit hm ui irgendwie traurig diese Geister werden die Liebsten nur von hinten umarmen können das tut mir leid ich hätte mir jetzt auch Leben hören können weil ich kriege ja sowieso vielleicht ist egal nur für euch denn es geht schneller so ähm die Geister die schämen sich ja immer das heißt aww das tut mir leid das macht mich ganz traurig jetzt wie ich einfach nur durchlaufe wow auch das habe ich nie verstanden wie er von unten durch die da durch springen kann es sei denn es ist 3D und er springt um die Ecke das könnte ja auch sein so jetzt muss ich umson aufpassen so scheiß auf die Münzen wo ich gleich wieder ganz viel habe das freut mich sehr weil dann kann ich wieder 5 Leben bekommen juhu so und jetzt komm mal her einfach mal gucken einfach mal gucken hier geht es schon mal nicht also ich hoffe mal yeah ich bin so ich wollte gerade was sagen ich habe es aber nicht gesagt ach ja ich habe voll schnupfen aber es ist auch voll nass ich bin vor allem Regen nach Hause gefahren das waren Schicksale ich musste auf der Strecke ein paar Kinder umfahren sonst fahre ich durch eine Pfütze und dann hätte ich mich selbst nass gemacht und als eine Kind ist er in die Pfütze reingefallen und hat dann den Hund dreckig gemacht durch den Spritzen und dann hat der Mann nur geguckt so hey wie kannst du meinen Hund dreckig machen und dann hat das Kind so so eine Bohrfahrt gegeben und das Kind dann nur so flog sie dann so auf die Straße und dann mussten die Autos natürlich ausweichen und haben dann so ein so ein Dönerstand umgefahren und dann lagen überall Döner rum und dann kamen überall Hunde haben die Döner gegessen haben voll Durchfall bekommen und durch diesen Durchfall dann mussten natürlich die Leute wegtragen aber das ist total schwer Durchfall in diese Hundekotbeutel rein zu bekommen und dann haben sie einfach gesagt komm dafür sind die Kinder ja da und dann mussten die Kinder also nass dreckig und in die Fresse gehauen auch noch das aufsammeln aber hab ich mir gedacht na wenigstens bin ich nicht dreckig was gibt's wohl hier Tolles auf jeden Fall schon mal sehr schön oh oh mein Gott ähm jo weiß ich nicht ob ich das jetzt mag weil deshalb yay ich bin trotzdem gut das war knapp ich nehm den mal mit pfff ich hasse euch alle lalalala ich krieg keine Herzen mehr aber man sieht doch schon also dafür dass es ähm der zweite oh mein Gott der zweite Teil ist von ihr habt gemerkt wie es geruckelt hat oder nein einen darf ich nur einmal machen fickt euch ihr habt ja gesehen um was es geht leben und sterben ne leben und leben lassen gehen wir zu kommen wir zu einem etwas schöneren oh nein ich glaub unten war Wasser ne dann wird das letzte Wasser sein ah das ist doch schön so jetzt überlegen wir mal Leute warum steht das da entweder irgendwer irgendwer das gebaut weil er ein riesen Fan ist von Mario ein riesen Fan so richtig schon ein bisschen Psycho oder Mario hat das bauen lassen er ist ein ziemlicher Herrscher so ein bisschen narzisstischer eingebildeter Herrscher woher kommt das ist soll das was soll das sein was soll das darstellen das ist voll seltsam also wie gesagt vom ersten Teil an ist es eine richtige Verbesserung aber das Design ist doof yay tolle Musik naja besser auf jeden Fall als eben ähm ich dachte es wäre wieder die andere Musik wie sich alles wie sich gar nichts bewegt und überhaupt nichts aneinander guck mal die ganzen ähm wow dün 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 guck mal die bewegen sich aber sie drehen nichts das heißt ähm wenn sie nicht aneinander verhakt sind können sie auch nicht irgendwas bringen ach ja ich hinterfrage zu viel das ist egal das ist halt so mein Ding weil ich es nicht lassen kann sein lassen sein 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 lassen kann nein aber ernsthaft das deshalb mögen Leute auch nicht mit mir irgendwie was machen weil ich alles weil ich überall Logik haben möchte und wenn ich aber bei Fantasy oder sowas muss es nicht immer sein also doch selbst da muss Logik sein einfach nur hallo einfach nur weil fick dich vielleicht ein bisschen doll ähm weil ich finde selbst Fantasy Sachen müssen äh das ist so böse das ist so böse ach lass doch vielleicht wisst ihr was ich meine wenn äh wenn sich etwas nicht äh ernst nimmt dann ist das vollkommen in Ordnung aber trotzdem gibt muss es am Ende eine äh muss es in sich schlüssig sein bei Spielen und bei Filmen und sowas da können sie nicht einfach irgendwas aus dem weißt du irgendwas aus dem Arsch ziehen einfach nur damit sie die plötzlich nicht mehr ach so warte er kann ja nicht weil er so ein Kack Teil Kackhut hat kann er sich nicht mehr drehen macht Sinn oh da oben da oben da oben da oben ich brauch Feuer 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 ja ist egal ich brauch Feuer hab ich schon erwähnt dass ich Feuer brauche danke ich musste es ja nur ganz oft erwähnen bis ich es dann irgendwann bekomme wie so ein kleines Kind das was zu essen möchte ja natürlich so geht es auch können wir auch so machen Beispiel die Welten die verschiedenen Fantasy Welten von zum Beispiel Vampire ist ja gerade so gut drauf da kann man nicht plötzlich sagen ach ja und das und das war auch noch wo ich einfach denke nein die Welt muss sich etablieren und ineinander schlüssig sein und deshalb Pokémon zum Beispiel macht überhaupt keinen Sinn aber die ähm nehmen sich auch nicht ernst so also von wegen ne weil ganz ehrlich Pokémon also der Anime jetzt zum Beispiel die haben keine Infrastruktur wie können sie das Ganze alles machen was sie da machen das ist doch sehr seltsam macht keinen Sinn ich muss nehmen na toll ne muss ich gar nicht das war einfach nur das ist doch sehr seltsam das ist doch sehr seltsam äh, naja, was Schönes weiß ich nicht. Wie kommt der eigentlich vom Mond hierher? So, dann... Ui... Was ich ganz schlimm finde, ist, äh, bei Naruto. Da ist es dann... Ich weiß nicht genau, was die wollen. Also, die wollen sich irgendwie... Die wollen ernst genommen werden und gleichzeitig... Die haben Toiletten mit Spülung und alles, aber dann keine Straßen. Dann haben sie aber, äh, Computer, aber dann wiederum einen seltsamen, äh, irgendwie ein Gott, ein Froschgott. Ich, wie gesagt, ich habe das nicht so mitbekommen, aber es ist... Es hat mich schon ein bisschen angekotzt, muss ich sagen. Juhu! Ich schieße einfach nur gerne mit Feuer hier. Aber ich mag auch Feuer an sich, aber ich war jetzt nie der, ähm, der Zündtyp, also der, der gerne gezündet hat. Warte mal, zünden? Zündeln, ne? Heißt das. Also rumspielen mit Feuer. Din, 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 din. Ah, ich erinnere mich. Ah, 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 ich habe gerade einen Bär getötet. Einfach nur so, damit ich ihm den Ball wegnehmen kann. Ich glaube, das Spiel könnte auch heißen Mario, Super Arschloch Mario. Irgendwie, Give me back my castle, oder so. Na, nicht mal, vielleicht gehört das nicht mal ihm. Aber ernsthaft, er sagt so, ich will hier rauf, ey. Geh aus dem Weg. Voll gemein. Ich will da hoch. Danke. Oh, ist nichts. Ist jetzt so stark. Ist jetzt so stark. Juhu. Yeah, yeah. Wenn ich hiermit fertig bin, was bald sein wird. Hier ist was. Wetten, wetten, wetten. Juhu. Ähm. Wenn ich mit fertig bin, habe ich mir überlegt, dann spiele ich eventuell wieder ein Mario-Spiel. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Irgendein Jump'n'Run sollte auch mal dabei sein, finde ich. Na, welchen Moment nehmen wir? Ja, dritten. Ja, das war gut. Das war das Beste von dem Scheiß hier. Juhu. Ich hoffe, dass das Spiel das ruckelt. Weil es kann nicht wahr sein, dass es bei mir jetzt... Ja, mein Computer ist seit einer Woche eigentlich total schlecht. Ich weiß nicht, warum. Der hat irgendwie einen Treiber oder so. Ich habe nicht mal was gemacht. Ich habe nur den Treiber geupdatet. Und von der Grafikkarte und das... Na, der guckt aber auch böse. Ah, okay. Jetzt ist es aber auch irgendwie mit dem Emulator. Ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen pissig. Das alles so... Lass Papi pennen! Das alles so ein bisschen ruckelt. Das nervt. Oh mein Gott! Ah, Cola. Ja, was bekomme ich? Hm?